Hallo, heute eine Kolumne von Harald Martenstein mit dem Titel Reue und Umkehr sind jederzeit möglich vom 5. Mai 2024. Viel Spaß! Der Evangelische Sozialverband Diakonie ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Er beschäftigt etwa 630.000 Menschen. Dazu kommen 700.000 Ehrenamtliche. Der Präsident dieses Verbandes, Rüdiger Schuch, hat erklärt, dass dort AfD-Wähler nicht mehr als Arbeitnehmer erwünscht sind. Für Mitglieder dieser Partei gilt dies natürlich erst recht. Schuch wörtlich, wer sich für die AfD einsetzt, muss gehen. Ob das arbeitsrechtlich geht, muss sich erst noch zeigen. Es gibt Gesetze in Deutschland. Schuch sagt auch, AfD-Anhänger könnten sich, Zitat, im Grunde nicht mehr zur Kirche zählen, Zitat Ende, was sich anhört wie eine Aufforderung zum freiwilligen Austritt, bevor man diesen Leuten Beine macht. Ich frage mich, was würde Jesus dazu sagen? Aus meinem allerdings katholischen Religionsunterricht ist mir als wichtigster und radikalster Teil der christlichen Botschaft Er hat die Nächstenliebe in Erinnerung. In der Bibel steht, O Ton Jesus, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ein echter Christ hasst nicht. Wenn Björn Höcke Jesus auf die rechte Wange geschlagen hätte, dann hätte Jesus ihm also auch die linke Wange hingehalten. Das, fand ich immer, ist das Revolutionäre und das Großartige an dieser Lehre, ihre bedingungslose Menschenliebe. Sie unterscheidet die christliche Religion von manch anderer. Natürlich schafft es kaum jemand, dieser hohen Anforderung zu entsprechen. Jeder von uns hat oft gegen das Gebot der Nächsten und auch Feindesliebe verstoßen. Auch die Kirchen haben es oft getan. Der christliche Gott ist nicht gnadenlos, was Sünder angeht. Für jeden gibt es einen Rückweg. Es gibt nichts, was einem reugen Sünder nicht am Ende vergeben werden könnte. Warum? Weil nach der christlichen Lehre dieser Gott die Menschen liebt, trotz all ihrer Fehler. Jesus hat sich oft und gezielt mit genau denen umgeben, die von der Gesellschaft seiner Zeit verachtet wurden. Das war Teil seines Programms. Er ließ sich in das Haus des Zöllners Zacchaeus einladen, einem Mann, der mit den Römern kollaborierte und dafür nicht wenig Geld bekam. Zacchaeus war ein verhasstes Werkzeug einer verhassten Besatzungsmacht. Die Leute sagten sündgemäß, der ist ein Sünder. Wieso geht er zu dem nach Hause und nicht zu uns, zu den Guten? Jesus ließ sich, ein intimer Akt, von einer Frau von schlechtem Ruf die Füße salben. Nach weit verbreiteter Interpretation war es eine Prostituierte. Mit diesen Provokationen wollte er nicht etwa die Kollaborateure und die Prostitution heilig sprechen. Er konnte auch wütend werden, etwa über Leute, die mit ihrem angeblichen Glauben Geld machen, die Händler im Tempel, oder über frömmelnde Gutmenschen, die sich als Elite und als Hüter der Moral empfinden und auf andere herabschauen. Sie hießen Pharisäer. Politisch aber war Jesus nicht festgelegt. Aus all dem geht für mich hervor, dass Jesus sich heute eher von Alice Weidel die Füße waschen ließe, eine Frau von schlechtem Ruf, als von Lisa Paus, wehe sind die Guten. Und dass er sich lieber von einem nach dem rechten Weg suchenden Sünder wie Elon Musk zum Essen einladen ließe, als von Rüdiger Schuch. Überhaupt habe ich nach heutiger längerer Bibellektüre starke Zweifel daran, ob es sich beim diakonischen Werk und vielleicht sogar bei der evangelischen Kirche überhaupt um christliche Organisationen im eigentlichen Wortsinn handelt. Sie nennen sich so, aber was heißt das schon? Ich vermisse die Nächstenliebe auch für Sünder, die umfassende Bereitschaft zur Vergebung, die Demut, die Distanz zur Politik, eigentlich fehlt alles. Was die AfD betrifft, ist politische Auseinandersetzung angebracht, andere Menschen zu Unberührbaren zu erklären, mit denen der Umgang zu meiden ist, denen man keine Jobs geben oder sie rauswerfen soll, denen man keine Veranstaltungsräume oder Hotelzimmer überlassen soll, bei denen man auch auf Höflichkeitsregeln verzichtet, und mit all das finde ich einfach nur menschenfeindlich und zutiefst widerwärtig. Es zeigt, wozu der Mensch im ungünstigsten Fall eben auch fähig ist, dann, wenn er das Gefühl hat, bei denen darf und soll ich ungestraft die Sau rauslassen. Sicher hat es mit meiner christlichen Erziehung zu tun. Aus dem gleichen Grund möchte ich betonen, dass auch Rüdiger Schuch mein Nächster bleibt, dem ich von Herzen wünsche, dass ihm das Höllenfeuer erspart bleibt, für das er sich ja, falls die Bibel recht hat, mit seinen jüngsten Taten womöglich qualifiziert hätte. Aber Reue und Umkehr sind jederzeit möglich. Reue und Umkehr